so jetzt hat sich da gehen da habe ich nicht berührt schade aber dich will nicht berühren stufe drei geht auch sehr schnell der fahr mhm schade wie viel müssen es eigentlich sein zum Fick ähm ok, wir fahren hier unten lang weil er um links das Ding ist wollte dann fahren wir wieder hier lang was auch immer 10,51 ist aber wenn es eine Straßensperre war dann war es nicht effektiv wir müssen die nächsten Straßensperren jetzt gleich aufpassen ab jetzt wir sind jetzt auf Alarm Stoffel 4 zum Rückzug bereithalten wenn das er weitergeht müssen wir ihn fahren lassen die Nagelbänder waren sinnlos der Kerl ist einfach frei vorbeigefahren da waren die auch vielleicht das Scheiße, ich muss kurz warten, 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 warten jetzt ja, ich sehe genau was da gerade kommt und das hat mich einmal basteln lassen da habe ich aber keinen Bock drauf dass es wieder passiert hat ich die Schengel schon berührt? äh, wir haben schon 23 von 28 die Schengel schon die Schengel sind die Schengel sind aber ich versuche euch möglichst schnell jemanden zu schicken der verdächtige hat sich einfach durch die Straßensperre geschlängelt das ist nur weil ich um links verstärken will die jetzt da ist jetzt kann ich auch einfach wieder durch brettern war nicht netz aber ist ok ich hab nicht geöffnet war die zeitpanzel durch 0 nütze straßensperre aber ok hat das funktioniert ich glaube ja dass der heli auch gewesen macht das fahnen das war ein stopp da wusste ich nicht wie 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 also ich über 300 kopfgeld bekommen sollen da ist ein bisschen hoch aber ist ok die kontrolle etwas verloren dachte ich will mal so nett ich bin gerade gestreift werden ein bisschen mich wundert etwas und ich gehe gerade aktuell keine straßensperren rein ich weiß nicht wieso vielleicht sollte ich mal doch die autobahn verlassen und das ist ein bisschen gefährlich ich habe den grund dafür gefunden ich habe den grund ich muss runter ich habe den grund gefunden ich habe den nagelbands back auf der stelle ja gut dann dann ja ja Shit Das ist natürlich dann sehr blöd Das ist ein Bug, der mal auftreten kann Das weiß ich Gut, ich hab jetzt auch noch den Heli Wie willst du das als Heli schaffen? Ja, es ist frustriert Es ist frustrierend, dass ich den natürlich jetzt nicht mehr los werde Aber ich hab auch noch nicht genug Kopfgeld, wenn ich gerade mal so logisch denke Nein! Ist noch jemand verfügbar? Ähm Verstärkung ist noch ein paar Meilen entfernt Okay Ich hab ne Die ganze Verfolgung ist gerade verbuggt Ich muss dann mal kurz Äh, scheiße Ich flüchte dann mal eben Weil irgendwie ist die ganze Verfolgung gerade broke Das ist nicht gut, wenn die gerade komplett broke ist Warte, was? Okay Das war ja das Rennen, genau Genau Wir haben die Verklamm mit drin Das könnte noch weiter werden Oh, fuck Quats Als JV sich jetzt fragt, wie sich das angefühlt hat Super Ich weiß gar nicht, wie der hier sich in einem Dragrennen schlägt Wenn ich hier wirklich einen Dragrennen mit drin habe Aber das sehen wir ja gleich Ich weige denn auch, wie viele Versuche wir dafür brauchen Was fährst du hier eigentlich für Stellen, mein Lieber? Und der Deadjump hat dort eine Geschwindigkeit gekostet Na klar Eigentlich absehbar Alter Da hab ich unten auf die Minimap geachtet Das war nicht gut Oh Gott Wir sind durch Jetzt wird es interessant Ich glaube, jetzt kommt ein Ja Wie viele Versuche brauchen wir für das Dragrennen, Leute? Versuche, das war Nummer eins Das war Nummer zwei Was ich nicht so ganz verstanden habe Ist aber okay Ich verstehe es Muss ich da ja mal kurz ein bisschen vom Gas? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, das war cool Ich glaube, das war's Das war's Nein Nein Das hat nicht gereiht. Mal klappt es dadurch und mal nicht. Ich versteh es noch nicht so hundertprozentig. Ja, das habe ich vermutet. Ich muss doch mal runterschalten lernen. Boah, das ist ein Witz. Alter, wo ist die Geschwindigkeit? Da habe ich aber jetzt nicht mehr mitgeschalten, wie es aussieht. Ja, wir brauchen x Versuch. Ich habe es euch gesagt. Was ist denn das? Wie viele Karren wollen wir in die Fresse spawnen auf einmal? Das war dumm von mir. Geile wäre ja, wenn er crashen würde. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich kriege den Anfang nicht mehr hin. Ich kriege wohl den Anfang nicht mehr hin. Wirklich nicht mehr. Wirklich gar nicht mehr. Wirklich gar nicht mehr. Der überholt mich ab der Stelle jedes Mal. Dass ich aber auch hier den Rückspiegel nicht habe, gefällt mir überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Alter, ich hätte es doch diesmal mal geschissen gekriegt. Ich wollte es ja auch, ja. Schlau war da die Logik gerade von mir nicht. Irgendwie wiederholt sich leider alles bei mir. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Der war auch getotelt. Hoch und runter und runter. Ich hasse Dreckrennen. Schon die sind Most Wanted sind die echt nicht einfach. Warum bist du denn jetzt da? Mann. Es ist nur ein reines Auswendiglernen. Das weiß ich selber. Boah. Ich hab doch rüber gelenkt, du Mann. Ja. Ja, das... Ihr kriegt aktuell keinen anderen Content, die ihr merkt. Einfach, weil ich muss es schaffen. Ich... Wie hätte ich denn... Wie hätte ich denn... Was hätte ich denn... Wie hätte ich denn...